3 2 1 und jetzt stammen halte wie Rocky verzweifelt versucht mitzumachen das letzte Mal was in Kronen schon wieder New York Brauerei Nr so kommen jetzt ja die haben ähnliche David das ist wahrscheinlich und Cambo aber er geht angreifen der ist gut da so ach der kann nicht cool wie die Junge Rocky und und äh Norko bleiben Rocky soll dir jetzt mal schön gunnen ja Rocky macht das der portet sich immer zuerst rein ich weiß schon kommt ihr den Rocky wirft vor zwei Witten aus Doppelknife der Wipe dead die Runde Fox die hat Knife und Wipe verschwendet sind es gibt die Wormittler ist erkennt und sie kommen kommen um oh mein Gott wo kann der her und ich glaube steht er ich meinte Mache Teleport noch mal schnell ein Doppelstein geholt mit Schildteleport hat sich leicht gepunktet okay ich bin weg ich habe die dann wie weg kann man nix machen da lag wieder so ne schöne Sprengpfeiler und die sei auch rum ach du was ich wollte schon sagen Rocky kriegt doch was hin und ich komme ich komme stand schön hatte die Runde laden hoch das kamen 6 von 8 an die Musik weg kann sagen wie der Wissensmog und nun ist bei solchen Affen mit ganzem Scheißen und er tun du bist ja nicht drauf ich hab gesehen dass ich gepostet er stimmt ich habe sogar ohne Smog gemacht das war es zwei Wochen Hocky nicht an nur die Ganti nicht an 2 2 nein mein Animo 6 6 7 von 8 Worte Hocky Achtung Achtung Otto Worte Worte ich habe gesagt Worte ich will nur noch in einer Seite nicht mehr oder das war ausreden aber zwar nur zwei Läuse nur Köln wenn ich gewohnt hätte hätten sie nicht und auch weggeholt in der Woche 1 doch vor ich konnte es wird weg ich konnte sagen jetzt schon wieder gepunktet ich denke alle muss weg was er hat 6 von 7 von 8 an die Musik weg dann habe ich in die Kinder ab gestand hat Smogtp gemacht dass er schon tun soll ich habe mich in der Herd der Partie da war mehr einer hätte mich diskutieren müssen es geht immer drei Leute dem wir haben Smogtp vor dem was sagst erst mal extrem auch ja wir werden schon 1 ich mache hier eine Post die Fans die jetzt sie ist sie weiter das laut ist hoch den kämmer auch noch durch die smoke wenn tot auto richtig fett geslackert nein wie blöd kann man denn sein da brauche ich mich gegen das geländer scheiße ich bin so in die zermacht bestemte porto mann nicht so jeder hat alles geräumt da sind nicht erst dagegen das geländer das spiel so scheiße er würde dem mann mit zurück da hat geportet habe ihn nice one cc ich schwöre meine post die fans die müsste sein scheiße ich habe ja mit der osb noch in der ohrleviso stürzt mann bei dieser tremer der recht nicht so oft ich komme um einen gländer aus ich bin tot ich kann nichts machen ab oh mein gott scheiße es hält so kurz weiter scheiß träumern setzt mich immer zurück von der ohrste ich stand schon in der warte und auf einmal war ich tot beim geländer wieso kannst du daneben ach ich hab keine Angst Alter seit 20 steht es 2-0 steht 2-1 und jetzt steht es 3-1 also ich bringe die nette diese Fotze ey ich hätte schon 5000 mal punkten müssen aber wieso muss mein port immer so blöd sein mein port geht immer voll war bei mir auch dieser scheiß smoke tp dieser scheiß smoke tp dieser scheiß smoke tp wie die nix könnten wir bleiben drin meine Fresse ach fuck jetzt kämmen die sie wieder in den Rhein die sind so nubik heute wir haben eine reine ich kenne mich mit Fokus ich hab 13 Kills was soll ich noch machen hey ich gebe dir das nennen das du wirklich fuck gegen diesen scheiß smoke tp kannst du einfach nichts machen ich weiß wenn du so Rocky nix geschissen kriegst du ganz dein nix ne wir brauchen einfach einen 4. Zweden Defender verfickt nochmal der es kommt hier muss endlich mal wieder einen richtigen pc holen ne brauchen ein der wirklich gut auskontieren drei Wochen stelle ich habe ich ja nicht nur vor allem in der Box und Rocky machen so gut wie nix Schwerheitsmaulort er sich hier auch ganz einfach nicht richtig spielen aber da kannst du aber auch nicht mit uns spielen heißt so sie sie war zweimal vor der Base aber er wurde immer zurück gesetzt ich war öfter vor der Prämme deins gar weg mit weiter vor der Base als du der letzten fünfmal vor der Base gekriegt der letzte Sprung war das und dann tut man ich war schon in der beste und dann wurde zurückgesetzt ja toll ich hätte es schon vor der Fakt der jetzt kommen kann nein doch egal als er bettet Bergmann neist kann auch einfach ab was das Kirchen Zivilisten als er war man sollte das werden die Fertigke ich kipps klar kommt der nächste mit zum Beispiel ist es doch nie er ist so ich habe ich deinem geportet hat start schon jetzt sie hier wir haben jetzt alle muss cool da und zwar kommen jetzt mit diesen ganzen Smoktyp die die haben Smoktyp bis zum geht nicht mehr die greifen zu viert an Smoktyp Smoktyp was will ich als einziger Defender machen aber ich weiß es nicht sagen es ist immer bleibt einschweigt übrig dass euch dann gilt wirst du aber wir sind einfach zu ja eben das sind das Problem das ist die alle sind das sind so 4 zu 4 Pro sie wird nicht eingespielt wir brauchen einen vierten Mitspieler und mit dem Spiel zu zweit gegen 4 0 was soll man da bitte machen sie ist wirklich aus er könnte so wie das ist das nächste Ausflug sagen wir so wenn ich meinen PC nicht lange er hat nur werden als ich jetzt schon wieder ich bin immer neu ist rein ich komme an den Kota Redskill und Frau auch noch jetzt immer wieder bloß zu tritts er was er will er nie mit uns spielen Koki hat er ist sowieso nicht zu bekommen er hat er und das hat so gut aus mit 1 0 ich will es halt auch ich hätte ja noch öfter Drecksspieler Alter was mit Frostbitekiller ja Alter es ist aber auch unmöglich ich mich immer unsichtbar gekillt wäre ich bin immer in einer scheiß halbe Sekunde vor dem Port Ende und dann BAM haut mir jemand sein Gewerkholpen rein das ist aber auch scheiße ich weiß dieser Haus ist immer unsichtbar ey dieser Enkel Davis ist die ganze Zeit dieser Spacken von euch hatten wir in seiner Freundesliste wie kann der mal reinkommen ich habe nicht mehr freundlichste man kriegst du den CC komm komm Olli es gibt immer noch ein Wichser der steht nicht wenn er steht Achtung 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 er diesmal der auf dort und hat den der es unser Artefakt habe hatte gewohnt es hat kommt er es macht sich nur er hat mich auch gesmogt hier oben immer dieser schwule Smokt die B was soll denn das Kario Aachen hat keine Smokt mehr wenn der Smokt hat macht ich glaube langsam dass die auch seine Ability Hack machen so oft wie die Smokt die Pern das geht gar nicht da ist der Brustgröder hat man es nur alle jede Minute das ist ja so doch heute ist die Wachen Ability Hack da kannst du gar nichts machen dann nehme ich das auf und lade es auch Ability Hacker äh das ist wirklich so ne lade einfach nur das erste Match also 1 2 Scores hätten sie vielleicht gegen uns geschaffen Smokt der Pernst ich lade es so und sagt Ability Hack Fragezeichen schon wieder Porten die sich rein nur gelassen sonst hast du gehatet Scheißegal die hat sie kommen jetzt mal sehen was ich hier von dem Post-Defense mach wie ist das in 5 boah alter komm her du Poserpratze also jetzt haben Nogo wer hat grad Smokt gemacht Träumer jetzt gerade hat mich Joachim geteleportt killt und Back to Back kommt auf einmal mit Animus Schild wie oft haben die eigentlich ihre scheiß Abilities schon wieder und dann wieder hat das Wort geworfen und sich geportet die haben definitiv Politik gemacht Naja Otto dann bis später ja warte mal haben wir hier irgendwie von den Ball